ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen let's play league of legends meine freunde ja wir sind hier wieder mit dabei ich bin diesmal wieder die jinx die haben wir jetzt schon öfters gesehen aber da jetzt momentan ja nur noch league of legends bei mir läuft habe ich jetzt gedacht die jinx ist ja mal wieder mit dabei und was da so im hintergrund freudig rauscht das ist der wolke der ist auch hier dabei als akali der kann ich aber gerade nicht hallo sagen weil das ein zimmer aufräumen nebenbei der wird hoffentlich gleich online kommen wieder wolke ja wir spielen auf der bot beide zusammen kampffäßchen rufen ist glaube ich auf der mit auf der top er geht in den jungle ich habe zwar ich wüsste nicht dass jackson jungle kann aber es ist anscheinend so und katharina geht auf die mit ja hier der geht auch in jungle war so wahrscheinlich auf die top gehen ja so wird auf die mitgehen draven und timo werden zu uns kommen kann aber auch so dass einer von den installer gemacht hat wer weiß wer weiß wer weiß wer weiß so soll es ja wohl langsam online kommen ich höre die ganze seite rauschen mit der runde ich glaube ja das tribunal genau die spieler ändern sich auch nicht von selber das macht das tribunal sonst kann das keiner ja das wird jetzt eine neue runde und wie gesagt also momentan läuft ja wirklich gar nichts mehr auf meinem kanal ich kriege jetzt wahrscheinlich von jemandem ein game ein self game von der sessions creed was meinem ungefähr gleicht dann werde ich hoffen dass ich das irgendwie umbauen kann dass ich da was machen kann ich hoffe ich bekomme das noch morgen dann wird es auf jeden fall was werden und da ist der wolke auch schon hallo wolke hallo ja da der wolke weiß ja dass wir aufnehmen jetzt ja ja ich weiß es entschuldige mich für meine verspätung wir fanden es ganz lustig also ich fand es ganz lustig wie du im hintergrund gerade aufgeräumt hast klingt gut gell ja also liebe frauen der wolke der ist wirklich ein sehr ordnungsbewusster mann schmeißt schmeißt euch ran ich glaube die gehen ihr die gehen auf dem blue glaube ich auch weil warwick kriegt den blue und ja achte hier bestimmt irgendwo stehen wer dann nicht blöd ist ja hier ist raven komm mal her ja jetzt ist auch hier oh mein gott vier leute der blöd ist ja 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 hier ok da haben wir wenigstens den das war sehr knapp muss ich mal gestehen was mein leben denn ja beschäftige durch weiter wir sind ja gespannt beide wer von den wer von den ganzen da noch hier runter kommt als zweites ich hoffe der woher kommt nicht die idee sofort zu denken war er letztlich auch jedes mal wieder erwischen das ist große gold vorteile da ich er und ich wir beide haben wir beide haben die fähigkeit drin dass wir also den den skill drin dass wir gold bekommen wenn der anderen minion tötet dann können wir auch sehen wenn jemand wieder erwischt lange hätte das nicht mehr aus nein die große aber nicht gekriegt das hält die frage okay wir haben zwei abc's auf der lane aber hey die haben beide kaum noch leben ja ja wahrscheinlich gold der ist der ist sogar noch level 1 oh meine liebste coole verschwendung jetzt kommt oh drauf 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 den krieg mal lieber ich krieg mal beide jawohl stirbst du nein oder was war das denn für eine aktion gerade ich wollte eigentlich soweit in der fliegelung schaffen damit ich mich nicht mehr anstrengen aber das hat nicht so geklappt habe ich gemerkt ja ist mir aufgefallen ich gucke mal ob ich irgendwie in das fliege hier ist es aus dem eigentlichen angriff ein verzweifelter flug versucht worden das reicht dumm naja solange es jetzt eins ist naja so jetzt ist er da ja aber du bist zum glück auch full life das heißt wir haben immer noch ein vorteil ja die besten absichten wow ganz intelligent ist das jetzt überhaupt nicht was das ist erwartet was intelligente gegner intelligent ist naja wir nähern uns ja langsam dieser liga wo man sich so denkt ja ich bin gleich zurück intelligentes denken könnte vorhanden sein intelligentes denken naja ich trage viel Gürtel euer beschäftige dir aber am besten den draven noch ein bisschen runter weil der traut sich sicher näher an dich ran und wenn ich gleich komme dann haben wir ein schönes leichtes spiel hoffe ich oh ja oh ja so möchte frank das sehen das ist ja mehr war gestern ich bin ja nicht frank ich bin ja nur beruflich rein beruflich bin ich krank ich füge das so geil weil der dig Dda 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 D Oh, Hallöche mein Kleiner! Hose dir! Ja, Hose dir, los! Ah, ich hab meinen Jump noch nicht Ah, Hilfe! Was soll schon schief gehen? Wenn der irgendwie hinter uns kommt... Ah, ich hab ne Idee! Nein! Ruben, Ruben! Oh, kill ihn! Nice! Ha, ha, ha! Aber ich glaub ich muss gleich nochmal weg Wenn das so weitergeht Hast du keine Tränke oder so? Ne, den hab ich schon benutzt Oh, kill ihn! Ah, fuck! Ich dachte ich hab ihn bekommen Ja, das endet sonst in so einer Zeit wie gerade eben Ne, ich dachte ich hab den eventuell gerade mit meiner Dings erwischt dass du den, aber... Okay, los, Tower! Ich hatte ne übelste Reichweite mit dem Pfeil, da musst du aufpassen Ja, ja, das geht gar nicht Langweil mich nicht Genau das meine ich Oh! Ja, geh besser erst mal Geh besser erst mal zurück Warte ich save dich noch ein bisschen? Ich hab eh gerade genug Kein Sinn für mein Mana Das ist der beste Save den du je gehabt hast, oder? Ja, das war wirklich... Wow! Das war Wahnsinn Ich fühl mich auch jetzt noch so sicher Durch den Save Sind die beiden Level 5? Greif den Draven mal ruhig ein bisschen an schon Wenn du dazu kommst Der Draven ist der Ja, aber ich komm ja gleich wieder, weißt du Oh, der mach dich da unten Der mach dich da unten Ich greife wie jetzt erwarten Ich greife ein bisschen an, dann kam ein leichteres Spiel Wenn ich gleich komme Oh, da renne ich mit meiner Dings nicht die Vasallen killen Oh mein Gott So, jetzt hab ich meinen Jump Hilfe! Oh, greif an! Oh mein Gott, greif an! Okay, das war's Dann kommst du hinterher Hilfe! Jetzt, jetzt, jetzt Greif doch an, Ruben! Ah, warum rennst du denn weg? Ja! Ja, Kinder Ich habe keinen Jump mehr, das ist mein Problem Ich hab den Varus nicht gesehen Boah, alter Der geht gar nicht Das lief gläuflich so Ich hatte keinen Jump mehr, ich konnte da nichts machen Das war die Scheiße Was für Jumpen? Na, meine R und meine Kuh Und meine E hatte ich grad verpulvert Du kannst auch, ne, greife einfach normal an Der Kahl hat doch auch normalen Damage Ja, das ist sehr gering Oh, 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 oh Das ist Wahnsinn Ich schicke euch alle in die Fahne Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn Eiskalt Rotte ich euch aus Hey, der, der Varus Das nervt mich jetzt schon Mit seiner großen Reichweiter Kannst du irgendwie, wir müssen irgendwie den Draven ankratzen Ich habe nur die besten Absichten Das ist gut, aber ein bisschen fehlt noch Das kann nicht sein Warum rennst du weg? Ah Mist Das war der beste, schlechteste Versuch ever Wow Nicht hin, nicht hin, geht da nicht hin Oh Aber du müsstest doch wissen, dass das Ding zurückkommt Oh Das packt sich im Zulöre Beuler Der hat mal Flup Der haut gleich wieder sein Pfeil. Vorsicht Wir müssen langsam mal wirklich einen killen von dem und zwar mit allem was wir haben, sonst wird das hier nichts mehr. Ja. Ich weiß halt nur noch nicht, auf wie man sich, auf wie wir uns zuerst spezialisieren sollten. Ist doch scheißegal, wer da wenigstens leben hat, das sind beide LBCs. Ja, ich habe das Gefühl, dass der Varus uns noch ein bisschen gefährlich haben werden können, als der Draven. Mir ist es scheißegal, auf wen wir wählen, Hauptsache wir killen endlich einen. Ich geh erst mal back, ich komm gleich wieder. Voll ist kein Leben so lang. Er braucht schon Gründe. Okay. Oh ja, greif ihn an, greif ihn an. Ja, guck dir mal mein Leben an. Greif ihn einfach an. Los komm, da siehst du es fliegen, greif an. Komm schon. Hä? Also was war das jetzt? Hä? Wie ist das denn da durchgekommen? Ja, ich dachte, ich dachte natürlich, die Rakete trifft. Will er sich da mal ausgehen, dass du ohne... Hä? Hä? Der ist stehen geblieben einfach. Wie hab ich den jetzt noch gekillt? Hä? Der ist stehen geblieben. Die Minions haben den gekillt. So. Ich dachte, der hat bestimmt Lack gehabt oder so. Seine Ulti war ja jetzt auch umgekullt. Sie ist durch den Busch durch, aber hat ihn nicht gekillt dabei. Hat der ein Schwein. Der Team hat einen Turm zu zerstören. Der ist mir scheißegal, hauptsache wir killen den langsam. Hauptsache wir killen ihn. Du bist meine liebste, coole Verschwendung. Bam. Bam. Ich liebe Jins. Yeah. Es ist wieder der Ton leise geworden. Sag mal was. Gar keine Ahnung, mal schon wieder der Ton leise. Bei dir auch? Ja. Oder was? Ja. Ohohoho. Hast du jetzt den Jump benutzt? Ja, ich dachte, ich würde ihn nicht mehr hinterher deswegen. So, so Angst Jump. Gravan. 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 Oh. Doch nicht. Aber wir haben ihn gut verletzt. Der hat seine Ulti gerastet. Oh, ist der blöd. Hä? Der Typ ist... Ich glaube der lag total. Würde ich... Könnte ich mir zumindest als einziges vorstellen jetzt. Ich gehe auch gleich mal nochmal weg. Ich habe nämlich gleich genug auf jeden Fall. Der liegt stich bekomme ich. Aber den ich muss noch mal holen. Jetzt sind wir jetzt alleine. Irgendwie ist gerade alles sehr leise. Ja, aber wenn ich... Aber wenn ich lagge, dann gehe ich doch nicht so in Angriff vor. Doch, habe ich auch schon gemacht. Einfach nur, weil das kannst, weißt du wie? Einfach nur, weil das kannst. Weil, dass du denkst, okay, hey, cool. Ich sage, jetzt muss ich angeweisen, trotz Lachs. Ja, dass ich trotz Lachs... Ich sage nur, mein Bruder, der kriegt das auch hin. Ich weiß nicht warum, aber der kriegt das hin. So, ich finde es immer noch sehr seltsam, dass mein Spiel gerade so leise geworden ist. Aber okay. Ja, ich habe auch noch keine Ahnung, was das für mich ist. Oh, Katharina hat Stress. Meinst du? Ja. Würdest du so weit gehen, unseren eigenen Teammitglieder als dumm zu bezeichnen? What? Why no help? Äh, keine Ahnung. Ob das Teammitglieder nicht stimmt. Das ist aber jetzt unrealistisch. Nein, das ist mehr zu verstehen. So, ich habe mir mal ganz kurz den Red Buff geholt. Ich glaube, ich helfe damit mal ein bisschen. Ja, gut, oder auch nicht. Dann lass ich es halt bleiben, ne? Zudem beschäftigt den. Oha, hier ist Farm, aber übelst. Machst denn du bei dir jetzt die ganze Zeit? Ich? Ja. Ich glaube, mein Spiel ist und kommt langsam wieder. Ich glaube, mein Spiel ist und kommt langsam wieder. Ja. Meiner nicht. Keine Ahnung, das ist uns so süß, aber auch nicht. Ist wirklich jetzt so. Erliebe, ich werde damit einfach schauen, ob es, äh, was geworden ist mit dem Spiel soll. Ansonsten der Spiel soll, das ist auch nicht so wichtig, ne? Ist ja wichtig, was wir machen. Ich habe den auch so leise drauf. Ich kann mein's. Ich könnte mal ganz kurz, äh, ins Menü gehen. Moment. Äh, Audio. Ja, ich habe es verstellt jetzt aber. Hat jetzt nichts gebracht. Hat nichts gebracht. Oha, äh, möchtest du es wirklich wissen? Ich bin ganz froh, dass ihr nicht da sind. Hat das dumme Gefühl, dass hier jemand umgehen, der ich in die Ecke beschlossen bin. Ich habe das dumme Gefühl, dass er dann sterben wird. Weil meine ultime paar Sekunden wieder da ist. Und so kommen wir doppelter Geschwindigkeit, äh, doppel und Speed. Oh, lass mal hier lang gehen. Oh, ne, kann man auch nicht in den Turmblitzer. Waaaah! Ja, ich glaube, wir gehen erstmal ein bisschen, besser ein bisschen zurück. Ich habe keine Ahnung, wie du drauf kommst. Ich weiß nicht. Du kannst gar nicht weiter sterben. Ich, ich glaube, du stirbst eher als ich. Wir könnten ja hier im Gebüsch warten. Wir könnten ja hier im Gebüsch warten. Wir könnten ja hier im Gebüsch sterben. Okay, finde ich gut. Wer stirbt zuerst? Ich könnte aber auch back gehen, weil ich, ähm, 2600, 700 gold habe. Oh, oh. Ne. Das war jetzt. Rennen! Ich habe gedacht, die Ulti sitzt. Aber ich wollte eh back gehen, von daher macht das ja nichts. Hat er dich jetzt auch gekillt? Ne, wollte gerade sagen. Ne. Dann hätte ich aber ganz schön dir was erzählt, hier sterben gehen, hallo? Machen wir nur Loser, der rennt wieder weg, gell? Ich dachte so, oh cool, dann geworfen wir den Ulti drauf. Rennt, vor allem, verfehlt die Ulti, rennt noch raus, greift an und stirbt. So diese klassische Fail, wie man ihn im Buche sieht. Ja, das war jetzt wirklich, äh. Wenn ich Katharina da mit dem, wenn ich Katharina da mit dem Pass-Prozent-Leben-Rennen-Rennen sehe, denke ich aber auch so, oh mein Gott, das kann ja nur nach hinten losgehen. Oh, und da, Alter, echt jetzt? Echt jetzt? Bam, in your face, wunderschön. So möchte ich das sehen. Und jetzt holen wir uns was bei die Tower hier, die beiden. Ach guck mal, den ersten haben wir schon gekillt, das hab ich keine Möglichkeit. Wie blind ich doch war. Oh. Hilfe. Hilfe. Oh mein Gott, nein. Hilfe. Hilfe. Bam. In your face. Bam, in your face. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Auf Pilze zu setzen. Solange ich auf Pilze ist, ist mir das vollkommen egal. Bam. Ja, überall vorm Turm sind Pilze. Was finde ich jetzt scheiße? Überall. Was sie auslocken könnten von Wien. Ach, ich tue die ganze Zeit, ich tue die ganze Zeit so ein bisschen maltrittieren. Mit meiner. Oh, jetzt habe ich keinen. Jetzt habe ich keinen Links. Ich könnte mir den Timo jetzt ganz locker hier holen. Ne, glaube ich nicht. Die würden sofort alle auf sich drauf springen. Ne, das gehe ich auch. Gerade wenn das auch noch so nah am Turm ist, da wird das eigentlich nichts. Flips. Oh, oh Leute. Ich bräuchte. Okay. Ja, das ist Jungler halt, ne? Wer der jetzt nicht unbedingt der perfekte Jungler ist, dann ist das normal. Nimm mir nicht den Farben weg. Finde ich nicht toll. Du bist doof. Lass, lass, lass. Heil doch, heil doch. Heil doch, heil doch. Du, 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 du. Äh, gehen wir mal hier runter zum Dragon. Oh, fuck. Was macht denn... Kommen wir zum Dragon. Katharine. Ach Gott, Lieben. Auf der Mitte. Wendt Wolverine daher. Ist ja nicht so, dass der Turm dich dann angreift oder so. Nein. Ich bräuchte Hilfe. Oh mein Gott, ich bräuchte Hilfe. Heil nur, alles, was du hast. Heil nur. Heil new. Heil new. Oh yeah. We kill it. Okay, jetzt lass es weggehen. Ja, da oben kannst du ruhig gleich hier weggehen. Uuuuh. Na, ich kann nicht eigentlich nicht immer sein. Ich habe gleich die Zeit zum Kaufen benutzt, weil ich habe jetzt den, äh, die Union. Klinge der und endlich. Oh. Tja, meine lieben Freunde Das war das Spiel Wir sehen uns beim nächsten Mal Hey, 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 ho What the fuck, was für ein Spiel ist das?